Heute ist der 31.03.2012. Meine Frau hat die Emma auf der Hand. Emma ist eine Schokohündin und volle zwei Wochen jung und ist eigentlich recht bunter. Nehmen wir die nächste Petra. Das hier ist Abby. Abby ist eine Tricolor-Hündin. Ja, auch recht munter, aber die ruhigste aus unserem Wurf. Und hier nebenan, die hier ein bisschen rumquarkt, ist unsere Coco. Sie ist ein bisschen traurig, dass sie hier nicht mit rein darf. Aber es kann sein, dass das die Mama halt nicht zulassen würde. Die ist ein bisschen griffig im Augenblick mit ihren Welpen. Das hier ist Emmilou. Emmilou ist auch Schokoten. Und ja, auch die Augen offen. Und allen unseren Welpen geht es prima. Guck mal, die will schlafen. Ja, möchte schlafen und hat sich hingelegt. So ist das halt. Jawohl. Ach, bist du süß. Da drüben halt die Mama. Jetzt mit den anderen. Ist das niedlich. Ja, ne? Ja, ne? Ja, ja. Vielen Dank. Vielen Dank.